Und ich will ja mein eigenes Feld mal bestellen. Ne, ich bin ja vollgetankt. Ich brauch ja keinen. So. Was bedeuten die unterschiedlichen Farben? Das sagt mir jetzt nichts. Ähm, Flugdrehen B. Achso, das ist nur in welcher Richtung ich flüge. Äh, Flug senken. Ah, dann scheint das schon geflügt zu sein. Trotzdem fange ich hier an. Ah, Taste 1. Na gut, na gut. Oh, der sieht ja grauenhaft aus. Da bin ich dann richtig. Fahr mal ein bisschen. Okay. Okay. So, dann wird das das erste Feld, das wir von vornherein pflügen und sehen und allem drum und dran. So. Jetzt mal die andere Seite. Und weiter geht's. Klappt das so, wie ich es mal gedacht habe? Ja, einigermaßen. Ja, so kann es nicht, aber... Für das erste Mal bin ich eigentlich recht zufrieden. Das lassen wir mal durchgehen. Ich bin angehender Bauer. So, dann machen wir einen Stopp. Ich mische mal hier, macht er weiter. Ja, und da hat er auch noch Platz. So. Ich hab schon befürchtet, dass der Tank schon voll ist. Warum, ich hab doch früher gedreht. Oder drehe ich das falsch? Komm, ich hab dich doch hoch gemacht. Ich lass dich jetzt mal auf der Seite. Was dann passiert. Boah, da weiß ich jetzt nicht großartig den Unterschied. Ich versuche nochmal diese andere Taktik. So, ich soll nochmal rüberspringen. Okay, der ist fertig. So, wo ist denn jetzt mein... Mein Hof. Der wird ja dort sein, wo das G ist, vom Farming-Shop. Da muss also ja drüben sein, mein Hof. Ich schau. Ja, das sieht so aus mit den... Silos. Komm, ich hab ein höheres Tempo von dir erwartet. Ja, da vorne steht ja mal ein roter Traktor. Hopp. Du hast den Blinger nicht gesetzt. So, hab ich hier eigentlich Licht? Ja, ich hab Licht. Okay. Okay. Ich nehme an, die Leiter ist hin. Nein, die Leiter ist vorne. Nein, nein. Nein, nein. So rum. Okay. So, wo bist du denn? Du stehst hier? Du stehst hier. Du stehst hier. Das sieht ja fast danach aus. Du bist ja auf der ganz anderen Seite. Boah. Boah. Dann machen wir mal eine kleine Rundfahrt. Töv, 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 töv. Töv, töv, töv. Töv, 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 töv. So, ich bin schon mal dabei, mir einen Fleischstift zu sammeln. Dann machen wir der Zeit, wir hier fahren den PDA an. Also, wir haben Weizen, wir haben Gerste, wir haben Waps und wir haben Mais. So. Dann haben wir PGA, wir haben Brauerei und haben Hafen. So. Dann 1080. 1080. Ah, da bist du ja schon. Das ist ja schön. Das ist gar nicht so weit, wie ich gedacht habe. so 2280. Und 1200. 1321. 1440. 1080. 1080. 1080. 1080. Und der Hafen hat die gleiche Preise wie die BGA. So, der Hintergrund ist, ich will einfach mal aufschreiben, wie die Preise sich ändern. Oh, das macht automatisch hervorragend. 1080. 1080. 1440. Untertitelung des ZDF, 2020